da noch wäre. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe, was wichtig ist. Ich weiß, glaube ich, was es ist. Ja, noch eine Treppe. Zwei Wege, okay. Die eine wäre dann nicht mit Monstern gewesen. Gut, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es genau so. Ja, okay. Dann bereue ich nicht. Oh mein Gott! Ein in die Wand sich hackender Was war das eben? Troll, genau. Ja, Troll! Oh mein Gott, er ist es schon wieder. Was willst du von uns? Das sind seine Urah. Nein, deine... Ach, Quatsch, Urah. Was rede ich hier? Das sind seine... Das sind seine Nachfahren. Oder sein... Das ist ein Geist, oh mein Gott. Er will uns heimsuchen. Genau wie die Onis. Das ist alles er. Was haben wir nun davon? Unschuldige Trolle zu töten, die uns einfach nur wegen der Familie rächen wollen. Toll. Toll gemacht, Helden. Hahaha. Das ist mit den Monstern an, die denkt ihr gar nicht, ne? Du wärst tot. Oh mein Gott, eine laufende Kiste. Mimik! Ist es doch, oder? Oder Fall oder kein... Ja, Mimik! Boah, ich heute freiwillig in viele Kämpfereien, ey. Aber ich hab so richtig Lust. So richtig... Ah, Spiellaune. Wäre mir auch jetzt... Wäre mir jetzt auch egal gewesen, wenn ich in die Stacheln reingerannt wäre. Wow, Sidescrolling. Upscrolling. Oh mein Gott, wer ist das? Das scheint der Typ zu sein, hinter dem wir her sind. Da scheint jemand in... Da scheint jemand in das nächste Stock weggegangen zu sein. Ob es ja gesucht ist? Ah, ver... Ah, okay. Es ist mir dann doch nicht mehr so egal. Nein. Ach, scheiße. Okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Ich hab's verstanden. So. Find ich hier unten noch irgendwas? Nein. Ich hab gedacht, jetzt find ich irgendwas Trunartiges. Man ist mal nett... Oh mein Gott. Was Neues. Zyklop. Ja. Wusste ich. Sieht schon so aus. Hallo. Toll. Kaum will ich wieder aufnehmen, will meine Mutter jetzt bei mir Schalosien anbringen. Aber sie machen kurz ne Pause und in der Zeit hab ich noch Zeit zum Spielen. Ganz toll. Warum müssen die Schalosien überhaupt jetzt rein? Ich mein, es ist Winter. Da kommt eh nicht so viel Sonne rein. Naja, fast Frühling. Zyklop ist tot. Jawohl. So. Stacheln, Spikies. Nein, falscher Weg. Ach, ich hab... Jetzt haben die mich so abgelenkt, dass ich schon wieder den Weg vergessen hab. Das gibt's doch nicht. So. Das Monster unten erwischt mich jetzt nicht mehr. Ey. Was zum... Oh, komm schon. Alles klar, dann weiß ich, was zu tun ist. Nein. Auf jeden Fall nicht in den Stacheln stehen bleiben. Mal gucken, wie... Ach, normaler Angriff bringt eigentlich gar nichts mehr. Schade eigentlich. Außer bei Kuma vielleicht. Kuma zählt ja immer ziemlich viel ab. Naja, genauso viel wie Satoshi. Sogar ein bisschen weniger. Oh, komm schon wieder. Oh, Kuma ist vielleicht schon wieder ein bisschen im kritischen Bereich. So, jetzt sind wenigstens alle Monster hier weg. Das ist auch mal was. Ich glaube, hier... Wir müssen wahrscheinlich einen Schlüssel finden. Ach, halleluja. Ja, jetzt sind die Monster aber wieder da. Toll. Oh. Als wenn's nicht genug wär. Scheiß drauf. Ich hol mir die andere Truhe, die da noch war. Das ist mir wert. Bin jetzt so gut drauf, da machen wir die Monster aber nicht viel aus. So. Ähm. Tja. Tja. Tot. Ah. Katsu. Äh, Yoko. Katsu. Ich hab den Dings vorgelesen. Was machen wir denn bei ihr? MP. Nur MP. Das reicht. Oh, können wir da vielleicht gar nicht lang? Oh, nö. Doch. Ach, Eingang gefunden. Flügelhelm. Flügelhelm. So. Sagt mir jetzt gerade nicht, was das wirklich bringt. Gut. Gut, werden wir gleich mal ausprobieren, wer den tragen kann. Mist. Gut, es sieht so langsam aus, als würden, sollten wir uns mal ein bisschen heilen, ne? Also, irgendwie, fragt mich nur, warum Yoko mal verschont ist, also, finde ich merkwürdig. Oh, nein, Puma, nicht sterben. Schlaf, nein. Ach so, Alter, jetzt bist du ja wirklich eingeschlafen. Geier. Äh, Null. Ja. Oh, bin ich blöd. Das sind Gesteinsmonster. Boah. Äh, ich sehe auch überhaupt nichts mehr. Ja. So, wenigstens tot. Egal, jetzt guck ich erstmal gegenstehen. Oh, nein. mein Zauberwasser Welt ist glaube ich auch irgendwann gleich verbraucht ich dachte ich schaffe noch oh die Tür ist verriegelt ich brauche einen Schlüssel Oh ich hab ja einen da bist du aber wie kommen wir darüber wie ist er über den Abgrund gekommen ach komm wo war mein Gott ist das vielleicht ja es ist ein Geheimgang was zum ne ich weiß noch alles ich tippe ich hab hier gar nicht gerade im Dunkeln im wahrsten Sinne des Wortes ach komm gut bevor ich hier jetzt noch rum ihre ich zeig's ich probier's auf screen und zeig's euch gut ich habe es jetzt raus wir müssen hier lang dann müssen wir hier lang und dann sehen wir schon was oh ich hatte es eben ich schwöre es oh so Rata bist du fies hier sieht man doch nichts ich hatte es eben ich weiß es so jetzt aber so so ha hab dein Rätsel gelöst so so